So, hallo, lieber Hasenliebhaber. Ich bin mal wieder bei Annette zu Besuch. Und wie ihr schon gesehen habt in ihrem Video, sie hat ja jetzt vier Hasen in dem Außengehege. Und ich möchte es euch natürlich auch nochmal zeigen. Sie haben sich ja jetzt schon so schön dran gewöhnt an ihrem Stall, an dieses Gehege. Und ich wollte euch einfach mal hier die Löcher zeigen, die sie schon gebuddelt haben. Ist ja unwahrscheinlich alles selber gebaut, ein Häschen da rauskommt. So, und dann möchte ich euch mal den Verursacher zeigen. Das ist nicht der Verursacher, sagt Annette. Aber es muss hier unten sehr, sehr schön kuschelig sein. So schön gemütlich. So schön kühl. Die fühlen sich hier ganz wohl in ihrem neuen Zuhause. Annette hatte ja hier mal Rasen gemacht, aber ist ja wohl nichts mehr hier zu sehen vom Rasen. Alles nur noch unterhöhlt. Tja, so lieben es die Hasen. Echt lustig sind die Gesellen. So, es ist jetzt Nachmittag und die ruhen sich alle aus, machen gerade kein Action. Naja. Lottie ist die Gräberin. Lottie ist die Gräberin. Lottie ist die Gräberin. Links oben. Die linke oben. Graue. Die graue Maus zeigt uns gerade den Propel. Alle fix und fertig. Haben wir auch hier viel gewühlt. Amen. Ich bin gut. Ich bin gut.